Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tate of X Serie 2. Beim letzten Mal haben wir in Midas Geschichte ein bisschen weiter gemacht. Sind dort mal wieder in eine Splitterdimension gereist nach Niederkehrer. Haben dort unter anderem Aiva getroffen. Aber wirklich viele Informationen haben wir denke ich dort nicht bekommen. Denn in Midas Geschichte sammeln wir mehr oder weniger Informationen über Mila Krasnick. Also die allererste Krasnick die den großen Maxwell heraufbeschworen hat. Da sind wir glaube ich nicht so viel weiter gekommen. Aber egal wir sind jetzt gerade in der Rund um mit den vorerst letzten Figuren Nebenereignis weiter zu machen. Und überraschenderweise geht es schon wieder mit Muses Geschichte weiter. Wenn ich mich richtig erinnere. Erst beim vorletzten Mal haben wir schon ein Kapitel ihrer Geschichte gemacht. Und jetzt geht es direkt mit ihr weiter. Okay man muss dazu sagen Muses ist ja relativ spät zur Gruppe gestoßen. Deswegen muss man hier jetzt vielleicht ein bisschen was die Kapitel angeht aufholen. Aber ich bin sehr gespannt wie es jetzt mit Muses weiter geht. Wie gesagt das letzte Mal ist erst zwei Parts her. Da war ja der Versuch ihren Freunden Geschenke zu machen mehr oder weniger gescheitert. Mal gucken wie es jetzt weiter geht. Im Muses Kapitel 3 mit vereinten Kräften. Hmm. Some people are headed our way. I wonder what for. Ancient Luger, right? And you are? Must you augle me so? You're making me blush. Yes. Yusei. I'm a spirit. Is that a problem? No. I didn't mean... I apologize. We've received an urgent mission from HQ, directing us to exterminate monsters in the Felghana mine. I sent out an APB for all agents in the La Ronde area. These two agreed to join you. I'm Lisa. It's an honor to meet you, sir. I promise I won't get in your way. Amen. Pleasure. Wait. Isn't that... No way. It can't be. This mission will be a binational operation. I wish you the best of luck. A binational operation. How interesting. Perhaps I'll tag along and lend a hand. Since when did you become such a do-gooder? You've been spending too much time with you-know-who. So we've got agents from two quarreling nations working together. Maybe this will teach me the secret to getting closer to Mila's friends. This sounds like fun. Mind if I come along? Mind if I come along with you-know-who. I can't answer. I can't answer. So do what you want, dear Mewsee. So. Our Vierergruppe is standing again. Mila is of course as a fourth character with us. And we're going to the Felghana Mine. Of course, we're going to the Felghana Mine. Of course, there's no Splitter Dimension, but our Haupt dimension. We're going to the Felghana Mine. Und mal wieder natürlich ein Monsterauftrag. Böse Monster treiben sich mal wieder hier herum. Und das steht da oben sieht aus, als würde es uns gleich auf den Kopf fallen. Tut es aber zum Glück nicht. Und Sicherheit geht vor. Ich ziehe mir keinen Bärkelm auf, sondern nehme einen Heiligen Trank zu mir. Ein bisschen Elementärz können wir auch mal wieder mitnehmen. Wieso nicht? Und hier, genau, hier war der Zugang. Ich sehe nicht die Monster, die wir irgendwo suchen. Vielleicht sind sie deeper in der Mitte. Wir haben hier die einsteig, wobei die Gegner sind doch nicht so stark. Aber sie steigen so ein wenig, zumindest was das Level angeht. Sollten die Kampfer vielleicht doch noch beenden können, statt zu flüchten. Toll, was ich sagen wollte... Wir müssen gar keine Steine zertrümmern, sondern wir können einfach ein paar Kristalle und so mitnehmen. Bis sie dann automatisch von alleine zerbrechen. Interessant. So, ich glaube, wir laufen hier gerade einen kleinen Umweg. Aber, she's a goal. Wir müssen much deeper hinein. Wir müssen einfach viel tiefer hinein. Also, in die Höhle selbstverständlich. Ihr bösen, bösen Buben, was habt ihr da wieder gerade in euren Gedanken gehabt? So, Schacht Nummer 4. Und dort passiert was. In unseren beiden Neuzugängen im Gepäck. Hm? Hallo? Oh, meine Entschuldigung. Ich konnte nicht helfen, aber zu schaukeln. Ich habe nie einen Geist gesehen. Du bist so, so schön. Enough chatting. Monsters werden nicht warten, um deine Gespräche zu enden. Ich habe wieder schuldet. Du bist aus Riesamaxia. Warum arbeiten Sie mit Spirius Corporation? Ich wollte versuchen, mit Leuten aus Olympias zu cooperateieren. Du bist nicht mit Olympias? Sie sehen, dass Sie dich ziemlich stark verletzt haben. Sie machen es für meine eigene Gute. Ich bin nicht auf meinem vollen Potenzial. Du bist so schön. Ich werde niemanden versuchen, dich zu retten zurück. Du bist so dumm. Lisa! Ja, Ma'am! Jetzt erinnere ich mich, warum ich Reza-Maxians liebte. Ich frage mich, ob diese zwei immer zusammenkommen. Hm. Aber man muss sagen, dieser ist schon relativ sympathisch. Die Stimme von Musi's Geist Nummer 2. Eine bi-national-militärische Kraft. Was eine interessante Idee. Wahrscheinlich. Es ist eine offene Idee. Aber tatsächlich, die in die Operation herausfordert viele Obstakel. Es ist ein Testament der Spirius-Korporation, dass sie diese Obstakel so schnell sind. Ja, es ist sicherlich. Gaius hat so lange Augen. Sie sind wie die Augen Augen. Wenn diese Art von Experimenten sich in der Gemeinschaft, dann würde ich mehr Hoffnung, dass Menschen und Spirits werden in Zukunft zusammenhängen. Ja, das stimmt. In diesem Sinne habe ich hohe Hoffnungen für dich. Was denkst du, Luger? Ich denke, dass du immer was anderes sagst, als du gerade denkst. Das ist ja wirklich extrem. Ich bin deiner Meinung. Darüber muss ich erst nachdenken. Nein, wir sind deiner Meinung. Ich bin deiner Meinung. Ich bin deiner Meinung. Das macht mich zu denken. Wie ist es ein Kompliment, um zu kommentieren, um die Größe von jemandem einen Augenblick zu sagen? Und trotzdem, du solltest du nicht sagen, dass du überhaupt ihre Nösehör nicht sagen solltest. Das stimmt. Gaius, ist etwas falsch? Nein. Hm? Das Beardshör ist auch gut, wie das Eingelöse. Nur das Nösehör ist verhindert. Das macht keinen Sinn. Ich bekomme einfach nicht die humanische Ästhetik. Nein, überhaupt nicht! Es sieht aus, dass wir nahe kommen. Lass uns das zuhören und dann können wir nach Hause gehen. Nicht mehr zuhören, als du zuhörst. Wir werden alles gut. Bitte, schau dir das Rest. Unglaublich. Ich gehe in. Affirmativ. Ich habe deine Beine. Wir können das zuhören. Halt da rein. Lass uns ihnen zeigen, was wir gemacht haben. Okay, aber wir müssen uns nicht mehr zuhören. Es ist schlecht, aber Teamwork. Das ist etwas negativ. Es ist schlecht, aber Teamwork. Es ist schlecht. Aber Teamwork. Ich mache dir das zuhören. Hier ist eine leitere Kompo. Ich kann mich nicht mehr zuhören. Ich kann mich nicht mehr zuhören. kombo und die macht ganz gut schaden so nebenbei gemerkt wir gehen jetzt mal auf die riesen schildern aus ich glaube die klein sind sowieso was war das denn gerade auch sonnenregen ja auch newsy schön dass du diese attacke aufbeherst ich glaube newsy müssen wir demnächst auch häufiger in unsere gruppe aufnehmen ist nur die frage wen lassen wir dann zu hause gar nicht oder ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht aber newsy hat sich wirklich als praktischer diesen genau belassen wir es dabei eine neue akkarte für uns also für mieter sehr schön da fällt mir ein ich muss die extraktor mal bald wieder wechseln war natürlich offscreen da habe ich schon sehr lange nichts mehr gemacht machen das war schon mission accomplished those monsters won't cause any trouble for a while now excellent work and thanks you might be a bit of a ditz but i'm sure glad you're on my side i underestimated you thank you you were amazing back there so do you like each other or hate each other or what you know i'm not really sure myself anymore politically we have some things to work out but personally i guess she's not so bad yeah if you and i can be friends then someday everyone can let's not get carried away farewell ms musay bye bye having a common enemy brought those two closer together it's like a year ago all over again when gaius and judes group was fighting for the same goal of course i was deceiving all of them so i can't really say that i fought beside them this gave me a great idea first mal instinktiv zurück geschreckt und damit ist das dritte kapitel von musay schon zu ende kürzer als gedacht und wir bekommen ein weiteres outfit für die liebe musay aber wir gucken mal zu kurz auf die weltkarte war es das mit unseren figuren neben uns nebenereignissen es sieht schon wieder fast danach aus okay also wieder relativ wenige figuren nebenereignisse zwei vom musay und eins von mila in diesem kapitel und ich hoffe wir haben in den vorherigen hauptkapiteln keine nebenereignisse verpasst denn irgendwie kommt mir das ein bisschen komisch vor dass wir zum beispiel in layers geschichte schon ewig lange nicht mehr vorangeschritten sind ich hoffe ich mache mir da zu unnöten nur sorgen so liebe musay wieder ein schritt weiter die menschen besser zu verstehen aber insgesamt muss man glaube ich sagen auch wenn sie manchmal so ein bisschen kindisch rüber kommt hat musay ich behaupte mal ein besseres eine bessere menschenkenntnis als mila wobei dazu braucht man auch nicht viel menschenkenntnis um mila zu übertreffen wie dem auch sei wir sollten dann mit einem blick zur uhr auch ein bisschen zeit haben wir sogar noch dann würde ich sogar sagen wir setzen die hauptgeschichte zumindest noch ein bisschen fort dazu gehen wir mal zu unserem appartement und lesen den brief den uns ja julius beim letzten mal hinterlassen hat und ich bin sehr gespannt was dort drin stehen wird instruktionen was wir zu tun haben wir wissen wir wissen ja wir brauchen eine seelenbrücke um nach canon zu gelangen hier noch irgendwas neues sieht nicht so aus wollen wir erstmal ein bisschen fernsehen ein bisschen chillen nein natürlich nicht denn dort ist ein wichtiges schriftliches dokument setzen wir die hauptgeschichte fort das müsste kapitel 15 sein und so viel wird da nicht mehr kommen dann blüger mein Bruder Bakur now holds the key of kresnik und mit L in den palm of his hands wir införtlich only have one option left ein powerfull member of our family muss give his life to unfold the bridge to Canaan und pave the way for another Er will also ein Duell und ich denke mal der Verlierer wird dann zur Opfergabe. Brüder auf ewig, Kapitel 15. Es gibt ein Geheimnis in Canaan und ich habe es. Das Leben von Okresnik, richtig? Das war der Plan. Das ist ein Geheimnis in Canaan. Alter, Walter. Oh, ich will diese Frage nicht beantworten. Mir bleibt keine Wahl. Bleibt uns denn wirklich keine Wahl? Es gibt doch noch andere Kresnik-Mitglieder oder nicht. Wie eben zum Beispiel Rideau. Soll jetzt nicht irgendwie bedeuten, dass ich einen anderen Menschen opfern möchte. Aber es gibt doch bestimmt noch eine andere Möglichkeit, oder? Als einen von uns beiden zu opfern. Und irgendwie habe ich ein Gefühl, dass die Antwort, die wir jetzt geben, eine große Bedeutung spielen könnte. Und ich habe das Spiel vorher nicht abgespeichert, ich Vollpfosten. Brüder auf ewig heißt das Kapitel. Und ich denke, Julius wäre damit sogar einverstanden, wenn wir ihn besiegen und ihn als Opfergabe darbieten würden. Ich glaube, er will das sogar eventuell. Oh, das ist schwierig. Wir sagen erstmal zweiteres. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so einen enormen Einfluss hat, von dem ich denke, dass diese Entscheidung einen Einfluss haben wird. Wir sagen natürlich nicht. Aber es ist, glaube ich, die falsche Entscheidung. Es ist nur natürlich, dass du so fühlst. Luger, warum kannst du hier nicht bleiben? Luger sprechen mit Julius. Da kannst du nichts für an dieser Situation. Luger sprechen mit dem Motivation. Aber, äh, ähm, bist du okay? Ich habe gerade von Jude und den anderen. Sie sprechen verrückt, etwas über eine Säule-Bridge ohne dich. Aber hey, ist Julius auch wieder? Wir sollten totalerweise die Stadt rütteln, um zu feiern. Nur die drei von uns. Was sagst du? Die Gruppe will Julius selbst angreifen? Luger? Du Scheiße. Natürlich meinen sie das gut, aber... und wollen Luger damit helfen. Aber ich glaube, damit würden sie das krasse Gegenteil bewirken. Wir müssen nach Marksburg. Geh zum Rietzerhafen nach Marksburg, wenn du soweit bist. Erstmal kurz nochmal die Map checken. Marksburg, dort geht es mit der Hauptgeschichte natürlich weiter. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir irgendwo noch... ...Figuren-Nebenereignisse haben. Ne, sieht nicht so aus. Hm, ich möchte vorher auf jeden Fall nochmal das Spiel irgendwo abspeichern. Bevor wir dort hinreisen. Denn ich glaube, irgendwann, demnächst... ...wird... ...uns eine weitere Entscheidung... ...zuteil kommen. Wo wir entscheiden müssen... ...er... ...oder wir. Also Luger. Ach, Leute. Nein, wir müssen zum... ...anderen Eingang. Und da ist das Sternchen. Aber liebe Leute, mit einem Blick zur Uhr... ...Ach ja, und wir sind wieder in Marksburg. Übrigens, mir ist das vorher nicht so richtig aufgefallen. Aber Kanan... ...das hatte Mila, glaube ich, auch erwähnt. Das sieht aus wie so ein... ...Kind. Im Bauch einer schwangeren Frau. Das ist mir vorher, ehrlich gesagt, nicht so aufgefallen. Aber jetzt... ...wurde mir auch in den Kommentaren... ...einmal gesagt... ...und wenn man darauf achtet, natürlich, das sieht aus... ...wie ein Baby. ...das vielleicht irgendwann versucht zu erwachen. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe keine Ahnung. Doch. Mit einem Blick zur Uhr nämlich... ...würde ich sagen, es lohnt sich jetzt nicht mehr... ...noch ein bisschen mit der Hauptgeschichte fortzufahren. Das machen wir, liebe Freunde, beim nächsten Mal. Denn dann gehen wir zum Rietzehafen. Beziehungsweise wir sind ja schon dort. Können wir schon irgendwas erkennen? Nein, ich möchte auch gar nichts erkennen. Was dort hinten auf uns zukommen wird, das erleben wir beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Tales of Xeia 2. Ich bedanke mich für euer Zusehen und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn es dann bestimmt spannend weitergeht... ...und sogar Richtung Finale vielleicht schon geht. Das kleine Finale. Ich denke, es wird etwas sehr Wichtiges beim nächsten Mal passieren. Wir werden es sehen. Bis dahin macht's gut und... Ciao, ciao, sagt euer Killer.